Traumberuf Heilpraktiker für Psychotherapie. Was erwartet dich in der mündlichen Überprüfung? Wenn du dich schon mal mit diesem Thema beschäftigt hast, mit dem Berufsbild Heilpraktikerin für Psychotherapie, dann weißt du, okay, es gibt eine schriftliche und es gibt eine mündliche Überprüfung vor dem Gesundheitsamt. Und wenn du die schriftliche Überprüfung geschafft hast, dann kommst du in die mündliche Überprüfung. Und viele fragen sich, was erwartet mich in so einer mündlichen Überprüfung? Die meisten haben auch mehr Respekt oder Sorge vor der mündlichen Prüfung. Damit du ein Gefühl dafür bekommst, was dich da erwartet oder was dich erwarten würde, will ich dir kurz einen kleinen Einblick geben. Wenn du in die mündliche Überprüfung gehst, dann musst du dir das so vorstellen, das ist eine behördliche Überprüfung. Das heißt, du kommst da in einen Raum hinein und in diesem Raum sitzt dann die Amtsärztin, ein Beisitzer, ein Heilpraktiker und Heilpraktiker für Psychotherapie und jemand, der das protokolliert bzw. der das Gespräch aufnimmt. Das soll dazu dienen, dass du, falls du Beanstandungen hast, hinterher sagen kannst, hier, ich würde das gerne nochmal beanstanden und wir haben ja den Tonmitschnitt und damit wird dann auch nachgewiesen, was dann in dieser Prüfung gesagt worden ist. Mein Eindruck ist, in der mündlichen Überprüfung ist immer folgender. Es geht um eine behördliche Prüfung. Also das heißt, es ist schon nett, aber es ist auch sehr sachlich. Das ist das, was manche so ein bisschen kritisieren, dass sie das Gefühl haben, sie fühlen sich nicht so richtig abgeholt. Aber letztendlich dürft ihr euch vorstellen, dass da so viele Menschen geprüft werden und wenn dann einer nach dem anderen kommt, dann ist es manchmal für die Prüfer schwer, ja jedes Mal neu das aufzunehmen, dass jemand da so aufgeregt ist, der da hineinkommt. Und deswegen ist es wichtig, wenn ihr euch darauf schon ein bisschen einstellt, wenn ihr euch einfach einstellt, das wird eine nette Prüfung, es wird eine sachliche Prüfung und es geht darum, herauszufinden, ob ich eine Gefahr darstelle, ja, ob ich in der Lage bin, Notfälle zu erkennen und so weiter und so weiter. So, jetzt stell dir vor, du bist da reingekommen, in die meisten Fällen kriegst du hoffentlich auch noch was zu trinken und bekommst möglicherweise sogar einen Stift und einen Zettel, um dir ein paar Notizen zu machen. Dann wird in den allermeisten Fällen eben auch noch, das ist eine wichtige Frage, gefragt, ob du dich heute in der Lage fühlst, diese Überprüfung, ja, dir abnehmen zu lassen, ja, oder ob du gegebenenfalls wieder an einem anderen Zeitpunkt kommen möchtest. Okay, dann von jetzt an läuft es ein bisschen unterschiedlich, also es kommt noch mal ein bisschen darauf an, wer dich jetzt prüft. Auf jeden Fall kannst du davon ausgehen, dass diese Überprüfung, ich sag mal, 20 bis 60 Minuten dauert, je nachdem, wo du bist und wie du dich auch schlägst. Manchmal ist es so, dass in den Prüfungen angefangen wird, dass, um dir ein bisschen die Nervosität zu nehmen, indem sie dich fragen, warum möchten sie dieses Berufsbild denn ausüben? Ja, warum möchten sie Heilpraktikerin für Psychotherapie werden? Da empfehle ich definitiv, dass du dir im Vorfeld schon mal Gedanken machst, eine Story überlegst, warum du Heilpraktikerin für Psychotherapie werden möchtest. So, ganz wichtige Geschichte. Und dann geht es in den allermeisten Fällen in ein Fallbeispiel. Also, da wird dann beschrieben, eine Frau im Alter von 35 Jahren kommt zu Ihnen in die Praxis und schildert Ihnen, dass sie nicht mehr richtig gut schlafen kann. Und dann wird eine ganz kleine Geschichte erzählt. Und dann sollst du durch eine Anamnese und Diagnostik in der Lage sein, am Ende herauszufinden, um was für ein Störungsbild es sich handelt. Du sollst gleichzeitig herausfinden, ob es ein Notfall ist, den du möglicherweise abgeben musst, oder ob es auch eine so schwerwiegende psychiatrische Störung ist, die nur, auch gerade im Rahmen deiner Sorgfaltspflicht, von dir nicht selbst behandelt werden kann, die nur dann auch durch einen Psychiater medikamentös mitbehandelt werden muss, wo du in den allermeisten Fällen nur, wenn begleitend, mitarbeiten könntest. So, also du machst eine Verdachtsdiagnose am Ende, fundierte Anamnese-Diagnostik. Und dann ist es so, dass immer mehr Gesundheitsämter auch dazu übergehen, dann zu fragen, wie würden sie das jetzt psychotherapeutisch behandeln? Ja, auch das ist eine Frage. Es kann sein, dass du zwischendrin gefragt wirst, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei Persönlichkeitsstörungen seid. Ja, und es gibt da einen Verdacht auf eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, dass dann eben fachliche Fragen auch noch. gestellt werden. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Borderline-Persönlichkeitsstörung und einer histrionischen Persönlichkeitsstörung? Oder, was eben gern gemacht wird, das nennt man Differenzialdiagnose, dass du abwägst, könnte es eher das eine oder könnte es eher das andere sein. Fakt ist, dass die Prüfer rausbekommen möchten, ob du keinen Schaden anrichtest. Deswegen sollst du in der Lage sein, und deswegen ist es das Basishauptstück einer mündlichen Überprüfung, dass sie eben genau das rausfinden wollen. Dies finden sie in den allermeisten Fällen dadurch raus, indem sie dir einen konkreten Fall schildern. Oder auch zwei, je nachdem, wie tief das dann geht. Und dass du in der Lage bist, abzuwägen, ist es eher das eine, ist es eher das andere. Und wichtig dabei ist, dass du den Prüfern einfach zeigst, was du gelernt hast in deiner Ausbildung, dass du denken kannst. Deswegen bin ich auch gar kein großer Freund von auswendig gelerntem Wissen, sondern es geht vielmehr darum, dass du das Wissen inhaliert hast, dass du es anwenden kannst. Darauf legen wir bei uns zum Beispiel sehr, sehr viel Wert. Okay, ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick geben. Und im besten Fall ist es dann so, dass am Ende der Überprüfung die Prüfer sagen, okay, gehen Sie bitte noch einen kleinen Augenblick raus. Dann besprechen die sich kurz, dann kommst du wieder rein. Und dann, so soll es sein, gratulieren Sie dir und sagen herzlichen Glückwunsch. Sie haben die Überprüfung bestanden. Und dann bist du Heilpraktikerin für Psychotherapie. So, ich hoffe, ich konnte dir ein paar Einblicke geben. Wenn dir das Video gefallen hat, dann bitte gib dem Ganzen einen Daumen hoch, abonniere unseren Kanal, damit du kein weiteres Video verpasst und schreib deine Fragen gern in den Kommentaren. Ich drehe gerne weitere Videos zu allem, sodass du einen ganz, ganz transparenten Überblick bekommst und dich innerlich sicher fühlen kannst und weißt, was auf dich zukommt. In diesem Sinne, auf bald, dein Dirk. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.